Hey, wenn du eine Minute Zeit hättest, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Weißt du, ich mache die Webseite jetzt komplett neu. Ich werde eine komplett neue Webseite erstellen. Ich habe mir schon grob überlegt, wie das Design ist und so weiter, aber ich würde gerne von dir wissen, was sind Dinge, die du erst spät erfahren hast, wo du dir gewünscht hättest, dass sie gleich ersichtlich sind, wenn man auf meine Webseite kommt. Vielleicht hast du erst später über die natürliche Methode erfahren oder du hast erst spät mitbekommen, dass ich ein Instagram-Konto habe oder dass ich auf WhatsApp bin und so weiter. Was sind Dinge, die du nicht gewusst hast über Authentic German Learning oder über die Sprachlernmethode, von denen du meinst, hey, das wäre doch toll, wenn man das gleich sieht auf der Webseite. Ich möchte es so machen, dass man auf die Webseite geht und das Wichtigste ist gleich sichtbar. Ja, dass man gleich weiß, ah, ich habe die und die Frage, okay, hier muss ich klicken. Ja, ich möchte es sehr übersichtlich machen. Also ist meine Frage an dich, was sind Dinge, die du sehen möchtest, wenn du auf meine Webseite gehst, ja, die dir wichtig erscheinen, ja, die du gleich erfahren möchtest, wenn du noch nichts über mich gehört hättest, ja, und meine Webseite besuchst. Was würdest du sehen wollen, ja, oder was würdest du jetzt erwarten, jetzt da du mehr über mich weißt und mehr über die Sprachlernmethode, ja, was meinst du, sollte ich sehr sichtbar auf der Webseite präsentieren, so dass alle Leute, die auf die Webseite gehen, davon erfahren. Ich bin gespannt auf dein Feedback und wir sehen uns morgen. Tschüss! Tschüss!